Dieser Wein wächst direkt am Pilgerweg nach Santiago di Compostella. Die Menziatraube wurde hier wahrscheinlich von den ersten französischen Pilgern angesiedelt. Heute bringt sie diesen klasse Rotwein hervor. Im Duft ist er kraftvoll mit intensiver Frucht von Blaubeeren und saftigen Erdbeeren, am Gaumen ein wenig würzig und mineralisch. Der Wein ist trinkfreudig, unkompliziert und eben ein echter Allrounder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017